Herzlich Willkommen zum Einkaufs-Hobby und Zeugmarkt hier bei Möbelboss. Erf und Wacke. Kannst du auch mal wackeln? Cool, schön, wäuchten. Kannst du mal eine Ampe kaufen? Welche möchtest du denn? Die Rote. Ich möchte die Grüne. Nee, die Rote. Grün? Streitet euch nicht. Ich möchte die Grüne. Nee. Rot, was ist das sonst? Nein, grün. Rot, grün. Rot. Wollte ich jetzt entscheiden? Weiß. Ey, weiß ist so langweilig. Grün. Rot. Oh, jetzt geht es schon wieder los. Grün. Rot. Grün. Rot. Grün. Rot, rot. Grün, grün. Rot, rot, rot. Grün, grün, grün. Rot, 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 rot. Rot, 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 rot. Mann. Könnt ihr euch nur mal entscheiden? Ihr müsst euch einig werden. Schöner was. Die ne rot, grün. Hört doch halt die mal auf mit eurem rot-grün hier. Schöpflauchschä. Uiuiuiuiu. Komm da raus aus dem Regal. Raus aus dem Regal. Na, pass nicht rein. Die passt nicht rein. Ich nimm die Rote. Ich hab's geahnt. Ich die Grüne. Ich nimm Grün. Grün. Das ist kein fliegender Teppich. Das ist ein ganz normaler Teppich. Ganz normal. Hier kann man nicht fliegen. Das ist aber kein fliegender Teppich. Dann nehmt ihr einen anderen. Was für einen anderen Teppich? Die fliegen alle nicht. Das ist doch ein grüßes Märchen. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass jemand mit einem Teppich durch die Lüfte fliegt? Das ist nur im Märchen so. Richtig. Ja, nur im Märchen. Schade. Ich sehr gerne jetzt mit dem Teppich. Sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr glücklich. Hier können wir auch wohnen. Hier können wir nicht wohnen. Das ist hier ein Möbelkaufhaus. Möbelboss in Frankfurt. Oder am Messerring. Neun. Ja. Ist das eine schöne Adresse. Aber hier kann man nicht wohnen. Stell dir vor, wenn dann geöffnet ist und wir sitzen hier, dann kommen die Leute alle vorbei. Das ist ja ein bisschen dann ungemütlich. Und außerdem wird das ja irgendwann mal verkauft. Und dann ist das schön, dass das ja weg. Ja, wir wohnen uns jetzt ein bisschen aus hier. Der Möbelboss in Frankfurt. Oh, schön gemütlich die Couch. Herzlich. Wir kaufen heute Couch. Ja, aber ich kann mich hier entscheiden. Die sind alle gleich schön und gemütlich. Die sind alle gleich schön. Oh, schön. Oh, wie kann man? Ich komme jetzt. Oh, schön. Ja, komm. Wollen wir diesen Nickerchen? Ja, wir machen den Nickerchen. Okay, machen wir den Nickerchen. Okay. Oh. Ah, ja, ja. Wir haben den Nickerchen. Ja, ja. Vielen Dank.